hallo herzlich willkommen zu metal singer ich habe gerade ein ganzes level gespielt und dann vergessen die aufnahme zu starten es tut mir leid das heißt für mich auch gleichzeitig es ist ein video weniger oder ich mache das später noch mal das war gehen sorry das war so nicht geplant jetzt läuft aber die aufnahme und dann würde ich sagen gehen wir nach nie wir haben keine neue waffe bekommen also man hat nichts verpasst großartig heistet nervig so aber ich möchte jetzt anstatt im revolver nehmen wir die schrotflinte ich glaube mit der schrotflinte komme ich besser kann ballern auf musik ja so alle klar bis gleich ich habe mich nicht mehr was war flashes bevor it become a whole damn memory russian in bright as fire Zur Höllensängerin aufsteigen. Ich weiß, dass etwas falsch ist. Ich meine, Judd sagte alles, aber es war einfach nicht richtig. Nein, ich habe nicht Angst, die Prophezei. Der Himmel. Du schiefst. Aber für die Hölle. Ich werde dir verlassen. Jetzt. Lend mir deine Hilfe. Und ich werde diese Aufstattung in ihr Platz setzen. In dem Namen der Hölle. Ich stelle mich zu Dissolution. Diese Tanz-Emojis, die ich hier im Chat habe, die irritieren mich voll. Ich denke immer, da schreibt irgendjemand. Dabei tanzen da bloß diese Emojis. So, die Runde wird hoffentlich jetzt besser. Achso, ich hatte nur 8%. 16-fach Zorn. Also wird immer schlechter mit jeder Folge. Und was ja jetzt gar keine Folge war. Oh ja. Es ist nicht die Schrot, die ich eingepackt habe. Oh, die ist doch kacke. Dann müssen wir bei denen bleiben. Das Problem ist, dass wir wirklich nicht wussten, was wir gegen ihn waren. Und haue photographische Musik für die Leuchtwikke. Da. Na putz. Ja,альное. Der, dass ich sie klein hier wieder anf Storiesaları verschleure. Oh ja, da. Oh ja. Also kann man es mehreti ini. errore dich zu messagingieten bei Ihnen. Was war das Illusion? Oh, scheiße, jetzt habe ich den 16 ver... Was war das Illusion? Was war das Illusion? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und das war gerade mit dem Ton, zumindest bei mir Sieht schon besser aus auf jeden Fall mit dem Sound Also, Taktgefühl Der ist neu Und das war gerade mit dem ZDF für funk, 2017 Und das war gerade mit dem ZDF für funk, 2017 Es geht hier richtig Oder so Und das war gerade mit dem ZDF für funk, 2017 Und schon ist der Multiplikator wieder komplett Oh, 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 oh Boah, alter Ja, hält aber auch extrem viel aus Oh, 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 oh all Who einfach mit dem Sonntag Rally Klasse Wie wir Sie, wir sind wieder kurz was mit der musik ein super let's play wo man nicht viel redet sondern nur rum ballert tour musik diese Typen sind auch nervig und mit dem Ton stimmt zwischendurch was nicht mit den ganzen Viechern hier stimmt was nicht ne ich würde zuerst hin die machen viel zu viele Angriffe mit Flächen schauen es ist eigentlich nur Musik hören und schauen wie man hier abmesselt da hast du recht aber auch schön irgendwie zwei ein Bye aber das sind glaube ich auch also es sind ja wirklich bekannte sänger dabei auch hier der sänger von system of a down sergi tatjan oder wie der hieß und ich glaube die lieder gibt es auch wirklich nur in diesem spiel von denen ich habe ich dir nicht nein der andere ist nur der andere ist nur eine illusion der ohne zacken am kopf Aua voll von hinten erwischt Falscher wo ist er noch Scheint gut zu klappen die erkenntnis das ist ein anderer ach das sind immer andere oh Gott oh 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 mein gott aber das selber zu spielen ist nochmal was anderes als nur zuzugucken glaube ich oh weißt es einfach so man ist so drin und es ist nicht leicht und ich bin noch nicht mehr auf höchstisch nicht mal annähernd auf höchster stufe also es ist wirklich für welche die auf herausforderung stehen es war gut, es war richtig gut gerade alles zeigt euch, er braucht zu lange das werden ja immer mehr das ist aber jetzt ein bisschen doof ein glück spiel ich nicht auf einer höheren stufe weil da hätte ich noch nicht mal die möglichkeit wieder aufzustehen so ist schon schwer genug jetzt habe ich auch keine heilung mehr also habe ich eigentlich nur noch zwei volle lebensbalken so ist schon ein glück spieler Der stimmt nicht. Der ist tot. Alter. Ain't no mountain high enough. Nass. Nass. Genau. Durch deinen Sieg über den Endgegner wurde der Pfad zu einer neuen Hölle. Freigeschalte, freigelegt. Neue Tatschlag-Serie-Sendung. Senkung. 19 Prozent. Wieder ein bisschen mehr. Oh, ein Glück. War jetzt gar nicht so schlecht, die Runde, fand ich. 3.748, wir werden immer besser. Okay. Wie lange hat das jetzt gedauert? 20 Minuten, na siehste. Noch zwei Level. Was haben wir gesagt? Gehenna müssen wir später nochmal machen. Acheron. 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 Acheron.